Achso, aber sie ist gut, die Qualität stimmt. Ich hab 77, ich hab 80 FPS, also ich will nix für... Ja, ja, jetzt! Jo, Leute, willkommen zurück seit Planetzeit 2. Eine weitere Folge. Ja, weitere Folgen, eigentlich so. Mit zwei, Markus. Und... Ich schrei am Anfang eigentlich immer so, kann das sein? Ich auch. Was? Und jetzt beginn der Aufnahmefluch, weil, ihr seht, ich hab grad, äh, 10 Minuten gespielt, hab ne 4-1. Und jetzt haben wir die Aufnahme... Hast ne 10 Minuten nur 4 geht? Mann, bist du schlecht. Und jetzt bin ich auf... Halt doch jetzt, ich schwätze. Und jetzt fang die Aufnahme an. Mal gucken, wie lange ich positiv bleib. In den letzten Spielen hab ich immer nur negativ gehabt. Da komm ich gar nicht rein. Jo. Jo. Es gibt den nächsten Mal wie Update-Video. Eigentlich sollte es. Das will es. Ich weiß doch nicht, was ich updateen soll, aber er will Update-Video. Du sollst gar nix updaten. Achso. Das macht's schon Daybreak für dich. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, es gibt ich, bring den Tarnsander mal auf Band. Zelluloid. Den Tarnsanderer bringst du auf Band? Ja, auf Band. Bei YouTube. Live. Wenn nicht live, aber... Bei YouTube live. Geil. Ich geb dir YouTube live für das Stream-Programm da. Machst du? Das Käse. Kann ich nicht. Dann muss ich anmelden und dann muss man richtig viel Scheiße machen, weil YouTube einfach kacki ist. Das ist... Deswegen YouTube wissen will, wer das streamt. Das streamt er. Ja, das will ja YouTube wissen. Ja, und? Kann doch YouTube egal sein. Ich bin froh sein, dass jemand streamt den Programm. Gib Geld. Guck. 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 Ich bin schon wieder tot. Das ist halt unfähig. Ich hab nicht mal eine Minute gespielt. Erstmal am halben Ding rumgelaufen. Mal. 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 aus der Gegend ¡ZMic Filmel! Ich bin tot. Nur zuxide Birdle. Die müssen immer überlegen. Wir müssen immer überlegen. Krieg halt ne? Krieg, ja. Doom, der Krieg hält nie auf. Kommst du online Krieg. Gehst du auf Krieg. Wir füfft und buren uns. stirbt hier weg das ist meine du ab kill assist leck mich ich hab ich krampf weil da bekommen ich krieg auch einen krampf der typ ich hab war kriegst du black alter kriegst du richtig großen black behindertes spiel da mussten wir beim letzten schuss einer durchlaufen und die kugel abfangen wo ihn gekillt hätte und dann messerst du ihn dann killt ein anderer da kriegst du messerst ihn und dann killt ihn ein anderer dann hast du den wegpunkt hingesetzt bist du behindert nein ich will jetzt nicht eine technikanlage angreifen oder wirst du jetzt eine technikanlage ja aber ich würde gerne alle anlage angreifen wo ich einigen kann die kannst du gleich einnehmen in ein paar sekunden ich könnte jetzt schon wieder das kotzen kriegen aber das ganz große was ist einmal so viel essen kann ich heute dann kotzen so viel kann ich gar nicht essen heute haben wie ich gerade kotzen könnte ein guter ich habe gerade eine 4er kd mich auch nein ich hab zwei ja noch zwei zwei habe ich noch weil es ja fast noch akzeptabel er fasst wie der panzer ja 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 nee das microsoft panzer und die zelfer da auch wir haben beide panzer habt ihr jetzt euch den haare abgeschworen mann was sollten wir jetzt in der reihe und leidnings rumrennt ja weil ich schon leiden gefahren bevor markus überhaupt davon kontinent war so markus hat da wieder die aufnahme kackt hat du hast die aufnahme verkackt glaub ich warum hab ich war pünktlich weil du nimmst auf das ist der grund dafür warum die aufnahme scheiße ist ach so aber sie ist gut die qualität stimmt ich hab 77 ich hab 80 fps also ich will nix ja ja jetzt jetzt will ich dann auch sehen dass das dann im video noch so ist das ist ja nicht normal kannst du gucken unten links steht's neben gpu nur die gpu ist okay ja ja aber im video soll es dann auch so sein das kann ich ja nichts dafür wenn das video nicht so ist dann wird 1000 APP gerendert ich hab 1080 oh 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 hacerlel warum lauf ich eigentlich die behinderte schritt gibt's dann san die gibt hier nen gegner belief in san aber wir büssen auch in der verkehrten base müssen immer am wegpunkt habe noch 400 meter ja ich verteilige ihr gerade noch unsere base ja ich hab jetzt auch noch 5 minuten einfach durch die gegend jump wenn sich auch Fahrzeug runden können äh schon schlau doch nicht so durch haben inzwischen eine 6er kd und ich bin zu fuß unterwegs eben war es noch ein panzer ich habe kippen wo renne ich jetzt dagegen mauer die behindert blaue meier ich habe gewonnen wird es jetzt plötzlich so dunkel ist tag ja aber ich bin gegen eine mauer gerannt wenn sie sind sie kennen warum ist dann dunkel geworden naja das war nicht unklima war also was wir liegen die allen die luft jürgen er zerstört ihn wie ich halte das war richtig viele 25 spreng bonus ich habe sie jungs ich habe sie mir kürze mir kürze ich habe sie ich habe ich verteidige immer noch unsere bestreiche nicht mehr lebendig rauskommen von panzern aber ich habe ich punkt ist hier ich muss hier kämpfen er musste auch ich versuche das auch sobald ich irgendwann mal raus schon lebendig haben wir gegner mag ich die gegner die bei mich mit harrison und panzerabwehr geschützten zu recht tot das sind auch noch mal panzer normal ich habe nein habe ich bin eine mine gelaufen überlebt und panzer nicht so das claymore gefunden wie kann es nur so verkleinern alles mit mir verlieren sie auch ja soll die machen ich bin der einzige gewesen wo in der base war ich verleg mich jetzt mal zu euch da ich habe noch eine 1,33 das war die zweite mine wo ich gefunden habe mit meinem leben scheiße ist gut dass du die alle herkommst ja jetzt habe ich nicht mehr es gibt keine mehr gespielt und jetzt mache ich gerade kugel fang finde ich auch gut jetzt habe ich einen harasser gekillt und rache kill gemacht und ein bonus für kill serie jetzt habe ich eine 8er kd das mir an du hast einfach 8 kills noch kein tod aber sowas würdest du ja nicht mehr ansatz zu schaffen das ist schon wieder eine mine gefunden wie gut bin ich denn heute 3 min 3 verdammte min gefunden ich nehme nicht mehr auf ab nächste woche nimmt wenn auf ihr könnt mich mal ich habe kein bock mehr wenn du darauf du nimmst auch ab nächste woche habe ich noch eine bessere das ist mir egal nimmst trotzdem ab nächst hoch auf nein doch wenn wir auch erst einmal ich schaue und wilde red oktober fucking sniper die 9er kd immer noch trotzdem ist ab nächst hoch auf doch das mache ich nicht mehr jedes mal verkack ich bin hier aufnehmen muss jetzt tu halt so als ob das nur so wäre wenn du aufnimmst ich habe gut angefangen er wird angefangen und nachgelassen mir heißt die ich negativ 0 8 gestern bin ich schon mit 0 gegen was guck schon wieder ich krieg die leute einfach nicht tot na gut er kommt aus der rote sind und war los hast du mich gerade geheilt das ist wieder ja wieder ein kill 10er kd jetzt ziehst du mit raketen hervon auf mich guter ich habe jetzt übrigens eine 10 zu 1 ja ich habe eine vierte bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Vielen Dank.